Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier ist euer Host Oliver Sparing. Hallo und herzlich willkommen zur Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Academy. Zweite Folge des Jahres 2024 und wir haben gleich mal wieder einen besonderen Stargast mit an Bord. Und das ist ein altbekanntes Gesicht, ihr kennt ihn schon, der Michael von Arthas. Hallo Michael, grüß dich. Hallo, grüß dich, servus, danke für die Einladung. Stargast, lassen wir mal weg. Ich freue mich immer, wenn ich dich sehe und wenn du da bist. Michael, wir sind letztes Jahr so ein bisschen ins Gespräch gekommen, nachdem ich den Podcast über das Thema Scalping rausgebracht habe. Und nun zählst du dich ja, sage ich mal, genau zu dieser Zunft, von der ich da gesprochen habe, so von den Orderbuch-Tradern, die vornehmlich die Bond-Futures traden. Sehe ich das richtig? Ja, auf jeden Fall. Aber man muss dazu sagen, ich höre ja deine Podcasts eigentlich regelmäßig und es ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen, muss ich sagen, weil ich nicht hundertprozentig deiner Meinung bin, was das alles betrifft, bezüglich diesem Orderbuch-Scalping, dass es ja so, wie es früher war, ja heute nicht mehr mehr gibt. Ja, also es hat sich da sehr viel getan. Und ich bin auch der Meinung, dass fast keiner mehr ausschließlich in den Orderbüchern handelt. Es gibt immer Ausnahmen, die das so machen. Aber ich bin der Meinung, dass das Ganze sogar ein Revival erfahren wird in den nächsten Jahren. Also da müsste ich gleich mal eingreifen. Ich würde sagen, da hast du mich, eventuell habe ich mich vielleicht auch ein bisschen falsch ausgedrückt, aber ich würde sagen, da hast du mich eher missverstanden. Ich würde niemals behaupten, dass es das so heutzutage nicht mehr gibt, geschweige denn, dass das keinen Sinn mehr ergibt. Im Gegenteil, letzten Endes machen wir das ja auch irgendwo, nur dass ich halt nicht im Orderbuch unterwegs bin, sondern in der Heatmap. Und ich weiß ja durchaus, dass es Trader wie dich gibt, die das sehr erfolgreich umsetzen und die das sehr erfolgreich machen. Ich denke nur, dass es gerade so im Retail-Bereich, eben wie du gerade schon gesagt hast, sehr, sehr wenige Trader sind, die wirklich so dieses reine Orderbuch-Sculping betrachten. Würdest du mir dazu stimmen? Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Also ich kenne persönlich ganz wenige, die das praktizieren. Und es hat sich auch, also wenn man sich alte Videos anschaut, und da kommst du nicht drüber hinweg, dass du dir alte Videos anschaust, wie die Experten das früher gemacht haben, wenn wir jetzt sagen, 2007, 2008, 2009, da war das noch gang und gäbe. Und es hat auch wahrscheinlich viel besser funktioniert wie heute. Ja, also das muss man dazu sagen. Und da hat es in der Tat Leute gegeben, die nur aufs Orderbuch gestarrt haben und der ganze Prozess des Handelns sich wirklich nur am Orderbuch abgespielt hat. Und da ist irgendwo dieser Mythos aufgekommen, ja, die echten Profis, die brauchen keine Charts, die brauchen gar nichts, die brauchen nur das Orderbuch. Und es gibt schon Strategien, die man verfolgen kann, wo man nur im Orderbuch handelt. Die gibt es. Und es sind auch einige gute dabei. Aber ich kenne mittlerweile auch keine großen, so in England gibt es ein paar große Häuser, die auch sehr involviert sind in das Ganze. Da gibt es keinen mehr, der nur ausschließlich Orderbücher offen. Also da hat jeder seinen Chart, teilweise auch Gitmaps, TPOs. Also das ganze Angebot und die ganze Bandbreite an Tools und Technologien werden eben verwendet, um bessere Entscheidungen zu treffen, letztendlich. Und ja, ich kenne einen, einen, wirklich einen, der keine Charts, gar nichts verwendet und wirklich nur Orderbücher hat. Und ich selber kann das auch nicht, nur mit Orderbüchern. Also da würde ich verrückt werden. Wenn ich den ganzen Tag nur auf Zahlen schaue, wirst du einfach ganz blam blam im Kopf, sage ich es jetzt einmal, so überspitzt. Es ist einfach sehr anstrengend. Und es geht ja auch schon da auseinander, was ist eigentlich Scalping? Also ich glaube, das, was du in deinem Podcast auch brauchst, der Begriff wird zurzeit sehr, ich sage es einmal, vergewaltigt. Ja, was heutzutage schon alles als Scalping angepriesen wird, hat in Wirklichkeit teilweise mit dem, was es eigentlich ist, gar nichts mehr am Hut. Ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen sprechen. Also manche werden mich wahrscheinlich jetzt da runterdolen, aber ich habe zum Beispiel auf den Märkten Strategien, da geht es um einen Tick. Das heißt, du kaufst den Bid oder den Ask und verkaufst die andere Seite. Im Prinzip handelst du dein Spread. Ja, generiert eine irrsinnig hohe Trefferquote, aber irrsinnig schwierig, was das Risiko zu beherrschen angeht. Ja, weil wenn es dann wirklich einmal schnell gegen einen läuft, dann ist der Tagesgewinn fort. Und das ist auch so, wo es von den Engländern kommt, lass nie irgendwie ein Gewinntag zu einem Verlusttag werden. Ja, also wenn man schön vorne ist, sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen, dass dieser Tagnetz letztendlich dann ein Verlusttag wird. Und das ist auch ein Grund, warum ich bei den Bonds unterwegs bin. Erstens sind die dick. Ja, sie sind irrsinnig dick. Du kannst das Pulling-Stacking noch sehen. Ja, kannst es noch nachvollziehen mit dem Auge. Versuch am Nestec ein Orderbuch aufzumachen. Da schaust du den ganzen Tag so, weil der Kurs einfach, hier kann man sich auch helfen, indem man im Prinzip die Eskalierung vom Dom, dass man Preise zusammenfasst. Ja, und auch die Marktiefe zusammenfasst. Das funktioniert ja mittlerweile. Ich kann auch am S&P 500 meinen Dom auf ganze Punkte stellen und der addiert mir alle vier Preislevels von der Tiefe her auch zusammen. Also es gibt Tools und Möglichkeiten, das zu verbessern. Aber angenommen, man hat was, was funktioniert und möchte das skalieren. Ja, und dann schaut man mal in den Nestec rein, was du wirklich im Orderbuch unterwegs bist und welche Tick-Size und Tick-Value das du hast. Also pro Tick, wie viel Gewinn oder Verlust das du schreibst. Und dann schaust du das gleiche auf den Bondmärkten an, die dicker sind, wo ich einen Bondmarkt habe, wo ich einen Tick-Value über 32 Dollar habe und dort mit 10 Kontrakten oder 20 Kontrakten reinfahre, wenn ich das skalieren kann, probiere ich das am Nestec zu machen. Also du wirst wahrscheinlich ohne Slippage dann nicht wegkommen und die Ausführungen kriegen. Klar. Und was bei den Bondmärkten halt sehr reinschlägt, ist auch, du schaust dir nicht nur auf die Tiefe, du schaust dir dann auch auf den Q. Das heißt, wo stehst du mit deiner Limit Order in der Reihe von allen anderen. Und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, weil du siehst auf einer Seite, wo liegt die Liquidität. Du siehst, auf der anderen Seite wird gerade Market reinverkauft oder gekauft. Und dann musst du dich vom Q her so positionieren, dass du noch dabei bist. Und das Ganze geht halt immer schneller. Und was halt noch dazu gehört und was verteufelt wird von vielen, ist dieses News Trading. Aber da geht es eben nicht um dieses News Trading, wenn man irgendwelche YouTube-Videos schaut. Das ist halt zurzeit, ich möchte mir nicht einmal viel äußern dazu, weil es ist zurzeit der absolute Wahnsinn. Ich sehe nur mehr Videos von 92% Trefferchance, Top-Strategie, Millionär in einer Woche und dessen und jenes. Es wird immer schlimmer. Wenn ich News Trading spreche, also ich selber habe ja auch ein Reuters Terminal und was wirkliches News Trading ist, wie ich es sehe, ist jetzt nicht irgendwie die News blind zu handeln, weil News sind. Man schaut sich viel mehr an. Man schaut sich an, wie sich die Kurse in der Vergangenheit bewegt haben, wenn Zahlen gekommen sind. Und man schaut sich auch an, was schon eingepreist ist an diesen News. Und wenn die News kommen, wie weit das von dem, was eingepreist ist, schon abweicht. So, jetzt haben wir das ein bisschen grob umschrieben. Und dann führt man halt Tabellen, wenn zum Beispiel die Zahlen von den News X jetzt besser waren, wie vorher gesehen, wie sich der Kurs und wie viel er sich in den verschiedenen Asset-Klassen bewegt hat. Dann hat man irgendwo einen Wert, wie viel bewegt sich der Dicker oder der S&P 500 zum Beispiel, wie viel bewegt er sich bei diesen News im Durchschnitt. Und wie oft bewegt er sich in eine Richtung oder er macht den rauf und runter, was er auch gern macht. Wann macht er den? Also da kann man ja ganz viel Research in diese News reinstecken und ist trotzdem nicht der König. Man kann sich nur vorbereiten, man bereitet sich dann auf die Szenarien vor, werden die Zahlen besser, sind sie so wie erwartet oder sind sie schlechter und was könnte dann passieren. Und dann geht man halt kleinweise rein. Also das war früher eigentlich News Trading in aller Munde, macht fast keiner mehr, also diese Vorbereitungsarbeit. Und was zu News noch dazu gehört, ist eben diese ganzen Meetings von der FED, von den ganzen Zentralbanken. Und dann hast du eben den Vorteil in diesen Terminals, also ein Bloomberg kann ich mir nicht leisten, aber der macht im Prinzip das Gleiche als wie der Reuters. Du kannst, du kriegst die News in Echtzeit rein und du kannst dir Schlagwörter definieren, was dir ausgespuckt wird. Das heißt, du hast dann ein Preset, wo dann steht FED-Sitzung, ja, dann schaust du dir das an, das kommt in Echtzeit ein und dann kannst du eingehen in Dorwisch oder sonst irgendwas, was eben oder andere Schlagwörter, die eben positiv oder negativ auf dem Markt sind, weil da geht es ja nicht einmal um Zahlen, da stellt sich irgendeiner hin von der Zentralbank, schwafelt irgendwas und dann kommt in einem Seitensatz irgendwo, naja, wir werden jetzt irgendwie die Zinsen erhöhen oder in einen Seitensatz. Und dieser Seitensatz genügt, dass der ganze Märkte bewegt. Ja, also das ist eben das Thema, was es eben auch noch aktuell ist, diese ganzen News-Geschichten irgendwie abzuhandeln oder versuchen zu handeln. Ja, und weil es noch dazu passt zu dem ganzen Orderbuch-Gedöns, man sieht oft auf Screenshots oder in manchen Videos, dass Händler 15 verschiedene Orderbücher offen haben. Ja, und ich habe mir das am Anfang auch angeschaut und gesagt, das sind alle wahnsinnig, das sind alle nicht ganz normal, da hast du nie eine Übersicht. und habe das damals angefangen zu lernen, habe das wieder abgebrochen. Habe es wieder angefangen zu lernen, habe es wieder abgebrochen. Also weiß man einfach immer ein bisschen, es ist einfach sehr viel. Es ist nicht einfach zu lernen und ich denke, das ist auch der Grund, warum es ganz wenige gibt, die das schulen. Ich möchte das auch gar nicht schulen. Ja, also das ist was, wo ich sage, das ist sicher kein leichter Dauer. Ja, aber um was es hier geht, ist diese Intermarket-Korrelation und umso länger, dass man sich damit beschäftigt, umso mehr macht das Ganze auch Sinn. Der sagt zum Beispiel, wenn ich an S&P 500 handle, dann möchte ich auch immer sehen, was der Euro oder der Dollar tut, in dem Fall der Dollar. Wenn ich europäische Märkte handle, dann möchte ich immer sehen, was der Euro tut, weil ja die Verschiebung in der Währung natürlich den ganzen Index beeinflusst. Also wenn der Euro billiger wird, werden ja im Prinzip die Aktien auch, verändern sich das Ganze auch, das gehört ja auch zusammen. Und wenn man in dem Bonds-Universum ist, dann hat man ja die Bonds in verschiedenen Laufzeiten, also 2-Jährige, 10-Jährige, 30-Jährige, dann hat man die Ultra-Schwarzen noch dabei und dann hat man die Währung dabei und dann hat man im Prinzip den größten Aktienindex auch dabei. und dann kommen gleich einmal einige Order-Bücher zusammen. Das heißt aber nicht, auch nicht, dass die Experten all diese Order-Bücher lesen, die schauen nur, wie sich der Markt bewegt in Wirklichkeit. Die schauen, wann die Ultra-Schwarzen irgendwie jetzt abtauchen, dann ziehen die Bonds nach, später kommen dann im Prinzip noch die Aktienindexe nach, die sind dann eher zum Schluss dann von der ganzen Geschichte und so sehen die ein bisschen eine Korrelation von dem Ganzen. Also es macht schon Sinn und am Anfang erschlägt es einen einfach. Aber die schauen dann nicht auf Zahlen, die schauen eher auf Bewegung. Grundsätzlich würde ich eigentlich alles unterstreichen und bejahen, was du gerade gesagt hast. Im Prinzip sehen wir die Sache sehr, sehr gleich. Was ich damals mit meinem Video einfach nur grundsätzlich kritisieren wollte, ist genau das, was du gerade auch gesagt hast. So dieser, ja, dieser übermäßige Gebrauch des Wortes Scalping einfach für Marketingzwecke, um da einfach irgendwie so ein bisschen, ich denke, auch die Gier in den privaten Retail-Tradern zu wecken. Einfach dieser Gedanke, ich bin nur, ich muss nur schnell am Rechner sitzen, ich bin schnell im Markt, ich bin schnell wieder raus, ich mache schnelles Geld. Das ist einfach mein Punkt gewesen, den ich damit kritisieren wollte und das ist alles, was ich damit sage. Den untersteige ich sofort. Genau. Ich sehe auch hin und wieder, ja, bitte. Ich sehe auch hin und wieder Marketing. Ich bin erfolgreich geworden, als ich zu Scalping beginnen begonnen habe. Also da gibt es Marketingkampagnen ohne Ende und ich glaube, dass das bei Weitem die Disziplin ist, wo du am schnellsten dein Konto vernichterst. Definitiv. Hat Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, du hast eine erhöhte Schlagzahl an Trades. Das heißt, du machst mehr Trades in einer bestimmten Zeit und ist unter Umständen die Lernkurve zwar besser, aber das Ganze ist extrem schwierig. Ja. Es ist extrem schwierig. Also es hat Vorteile und Nachteile. Und ich glaube, das Irre ist zu sagen, dass man, wenn man mit Trading beginnt, sich gleich auf diese Disziplin einlässt. Ja. Also wenn es nach mir ginge und ich hätte eine Akademie oder was, dann würde ich sowieso von ganz langfristig mich runterarbeiten bis auf diese Mikrostrukturen. Also wenn ich einen Neuling hätte, der sich mit dem Scalping irgendwie beschäftigt und ich glaube, ich möchte keinem sagen, was er zu tun hat, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Ja. Grundsätzlich ist es ja auch eine Sache, die wir in dem Podcast hier immer unterstreichen. Wer sich, wer vielleicht so ein bisschen noch nicht sich selbst einordnen kann inzwischen all den Trading disziplieren, den sagen wir auch, lernt erst mal Swing Trading. Das ist deutlich leichter, nachvollziehbar. Es basiert alles irgendwo auf fundamentalen Faktoren, die man gut verstehen kann. Es ist alles etwas langsamer. Man kann Strategien anwenden, die im kurzfristigen Bereich so einfach schlicht und ergreifend nicht mehr funktionieren und man hat eine leichtere Zeit und absolut, je kurzfristiger du denkst im Trading, desto schwieriger ist das Ganze. Und wenn ich jetzt mal von meiner, also ich habe ja im Prinzip genau das, was du da gerade davon erzählt hast und gesprochen hast, habe ich ja so in meiner Ausbildung alles durchlaufen. Ich habe ja auf so einem Prop Trading Floor in England das Ganze auch gelernt und auch das Orderbuch, den Orderbuchhandel an sich gelernt. Die haben uns da damals auch, so weil du das gerade gesagt hast, dieses pure Orderbuch beobachten. Die haben uns da damals immer so eine Drills machen lassen, haben die das genannt, dass du im Prinzip dich wirklich zwei, drei Stunden nur vor ein einzelnes Orderbuch setzt und danach sollst du im Prinzip aus dem Kopf heraus den Chart zeichnen. So, das war so einer, einer dieser Drills, die wir da machen mussten und letzten Endes war es für mich natürlich irgendwo sehr wertvoll, das zu lernen und das auch, die Konzepte zu verstehen und natürlich auch irgendwo den, ja, die Märkte an sich irgendwo zu verstehen. Aber ich bin da auch aus der Ausbildung rausgegangen und war dann kein profitabler Orderbuch-Trader, sondern musste das Ganze dann für mich auch erstmal sortieren und für mich meinen Weg finden, der für mich funktioniert. Und klar, ich beziehe das Orderbuch heutzutage in Form der Heatmap nach wie vor sehr, sehr stark in meinen Handel mit ein, aber ich bin jetzt wahrlich, ich würde mich wahrlich jetzt niemals irgendwie als reinen Orderbuch-Scalper betrachten oder bezeichnen. Ich auch nicht. Also, ja, das sind alte Tage, denke ich mal, wo das, man muss sich, man sollte, die Zuhörer sollen einmal den Ballrotter und andere Gurus aus früheren Tagen googeln und sich einmal anschauen oder anhören, was die aufgeführt haben. Also, da ist ja auch die Börsenaufsicht gekommen. Das waren ja im Prinzip diese, die das, die Frühjahrzeiten hergegangen sind und große Limitordern in den Markt gelegt haben. Der Markt ist, zu diesen großen Limitordern gelaufen und die haben sich aber im Prinzip schon eingekauft, dieselbigen, die die Limitordern gelegt haben und haben dann im Prinzip, die haben das Spoofing mehr oder minder erfunden. Da hat es noch keine automatischen Systeme gegeben, die das gemacht haben. Die haben einfach ein dickes Konto gehabt, logisch, haben die Limitordern reingelegt, haben den Markt im Prinzip gezogen oder gedrückt, währenddessen haben sie sich eingekauft oder verkauft und dann haben sie die Limitordern storniert und das ist dann im Prinzip in deren Richtung, gelaufen. Und der hat ja den Spitznamen der Flipper gehabt und der hat ja genauso Bitask und Spreads verkauft, nur halt in Größen, wo wir träumen können davon. Und da gibt es einige von diesen Superstars, die gar nicht so bekannt sind heute, weil die haben weder irgendwelche Ausbildungen verkauft oder sonst irgendwas, aber die haben die Glanzzeit irgendwo zwischen 2000 und 2010 gehabt. Ja, und es wird immer schneller das Ganze, also der ganze Handel wird schneller, es ist dieses Pooling und Stacking auch nicht mehr so schön sichtbar, sagen wir es jetzt einmal so, es wird alles schwieriger und deswegen geht diese Disziplin, sie wird weniger, sie wird weniger und ganz wenige praktizieren das. Ja, das ist genau das, was ich im Prinzip auch sagen wollte, aber grundsätzlich gilt ja an der Börse immer und das kann ich nur immer wieder unterstreichen, wer Geld verdient, hat recht. Und solange es da draußen und wenn er mit Moving Average ist, und wenn er mit Moving Average und RSI arbeitet, ist alles völlig in Ordnung. Ja, und es gibt da draußen Leute, die genau das tun und genau damit erfolgreich sind. Deswegen, um Gottes Willen, also ich würde niemals behaupten, diese oder jene Trading-Herangehensweise, gut, wenn wir jetzt irgendwie von Mohnphasen oder so sprechen, dann uns vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber egal. Wenn es funktioniert, wenn es funktioniert, ist es auch gut. Ja, vielleicht sollten wir mal so ein bisschen ein paar Astrologie-Indikatoren in ADAS einschieben. Ja, nein, eher nicht. Aber, aber was wir halt sehr wohl gemacht haben, also, wenn wir jetzt kurz auf die technische Seite, wir haben die Smart-Domes bei uns in ADAS extrem verbessert und du kennst das sicher von der Heatmap zum Beispiel am S&P 500, du hast den Kurs und der macht genau diesen, nach oben, nach unten, also dieses Flattern, ja, Bit-Ask-Flattern nenne ich das. So, was passiert jetzt mit einer klassischen Ansicht von Pulling und Stackling, wenn der Kurs für eine Zehntel oder eine Hundertstel Sekunde flattert, ein klassisches Pulling und Stackling geht wieder auf Null, weil du hast dir den Kurs verlassen, bist wieder zurück am Kurs und er fangt wieder an zu rechnen. Was wird gesteckt oder was wird gepullt und da haben wir eben die Smart-Tapes den Märkten an und der Zeit angepasst und ich habe das jetzt gerade auch schon hier am S&P 500 zum Beispiel, das heißt, wenn du so einen Millisekunden Flatter-Kurs hast, wird das Ding nicht resettet. Also die Algos pressen da ja rein und dann hast du eben kurzzeitig einen Tick, Abtick für ein paar Millisekunden, der geht wieder runter und dann zählt aber unser Pulling und Stackling weiter. Also da ist ein Zeitfilter hinterlegt, dass eben du top noch siehst als Ganzes, was wird hier aufgeladen oder abgezogen und das ist meiner Meinung nach extrem wichtig und das siehst du eben schöner in dicken Märkten, um da wieder zurückzukommen und ich würde jedem empfehlen, das soll ich mal probieren, am S&P 500 macht es euch einen Smartdom auf und stellt das Scaling auf vier, dass du ganze Punkte hast dort drinnen und du siehst allein schon dann, weil der ja die Markttiefe zusammen rechnet auf diesen Preisen, das heißt, du hast nicht mehr vier Preise, sondern einen Preis mit der gesamten Markttiefe von diesen vier Preisen und dann schaust dir das Pulling und Stacking mal an. Das ist hoch interessant und deswegen glaube ich, dass diese ganze Herangehensweise auch mit der Heatmap, aber auch mit dem Dom ein Revival erleben wird. Das wäre meine nächste Frage gewesen, du hast es am Anfang gesagt, deiner Meinung nach würde der Oderbuchhandel ein Revival erleben. Ja, ich bin überzeugt davon, zumindest im professionellen Bereich, aber die Heatmap ist ja nichts anderes. Die Heatmap zeigt ja quasi dasselbe, das Einzige, was ich bei der Heatmap eben nicht sehe, was ich für mich brauche, ist eben, was genau jetzt am Best Ask Best Bit passiert, damit ich mich da auf ein, zwei Ticks positionieren kann. Wie gesagt, man hat eine extrem hohe Trefferchance, aber das Problem ist eben, wenn es mal gegen dich läuft. Also du hast ja im Prinzip CAV von 1 in Wirklichkeit und so schnell bist du dann oft nicht aus den Positionen draußen und mit dem musst du halt rechnen. Du musst halt auch mental die Stärke haben und das ist nicht einfach und ich glaube, deine Frau weiß auch, um was es da geht, dass du hier einfach auf den Knopf drückst und sagst, das war es halt nicht. und deswegen musst du, wenn du diese ganz kurzfristigen Geschäfte abwickelst, hast du eben immer Pulling, Stacking und Market Orders und deine Queue im Blick und das kannst du eben in der EAT-Map schwer machen. Also meiner Meinung nach. So, kurzer Cut hier an dieser Stelle. Dem einen oder anderen wird heute vielleicht aufgefallen sein, dass wir in dieser Folge etwas mehr harte Cuts drin hatten, als ihr das von uns gewohnt seid. Ich bin hier in unserer neuen Wohnung in Dubai tatsächlich und es kommen ständig irgendwelche Handwerker unangekündigt rein, die hier irgendwelche Dinge tun. Deswegen müssen wir uns heute mit unserer Folge ein bisschen an die neuen Gegebenheiten anpassen. Es tut mir furchtbar leid. Wo wir aber gerade noch stehen geblieben sind, war natürlich das ganze Thema ARTAS, die Neuerungen in ARTAS, gerade im Bereich DOM und Heatmap. Jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage an dich, Michael, und das ist das ganze Thema, was du vorhin schon angesprochen hast, Charts. Also ich kann das nur bestätigen, auch auf dem großen Prop Trading Floor in London, wo ich das ganze gelernt habe, war es tatsächlich so, dass acht von neun Monitoren mit Orderbüchern geflastert sind, dann eben ganz viel auf Korrelationen geachtet wird, aber unterm Strich hatte halt jeder eben doch noch entweder seinen Chart, seinen Footprint Chart oder eben ganz klassisch das Marke Profile, was da auch auf diesen großen Floors noch der absolute Standard ist. Welche Rolle spielen Charts aus deiner Sicht oder jetzt für dich explizit? Im Allgemeinen spielen Charts eine essentielle Rolle, weil auch wenn man in den Orderbüchern handelt und du hast ja auch von Trills erzählt, wo man das dann lernt, viele Trills beschäftigen sich eigentlich auch nur mit Orderausführung. Also wie schnell man mit der Maus Orders rein und raus und seine Stop setzt und cancelt, da gibt es ja auch eigene Trills, damit man schnelle flinke Finger bekommt, sagen wir es einmal so. Aber die zweite Seite ist, auch diese Experten und auch ich, ich möchte ja nicht nur irgendwo drauf drücken, ich habe das nach wie vor so, ich möchte ja wissen, wann und wo ich was mache, ich kann ja nicht blind handeln. Das heißt, du hast immer eine Trade Location und das, das ist zwar jetzt eine Orderflow und Volumen Software, aber manche oder viele Experten gehen ganz normal teilweise auf technische Analyse. ja, also die schauen sich genauso Levels an, die technisch sind, volumenbasiert sind, viele handeln Ausbrüche oder Fehlausbrüche, schauen sich die Footprints dazu an, machen aber die Execution im Dom zum Beispiel. Also ohne Charts würde ich keinen empfehlen, irgendwas zu tun. Aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel am Nachmittag vorm Rechner setzen würde und ich hätte nur Doms und Preisleitern hier, dann wüsste ich ja gar nicht, wie jetzt zum Beispiel trendmäßig, wie schaut es aus, was ist heute passiert, wie läuft der Markt. Ich schaue mir zum Beispiel jeden Tag auch den Wichs an. Ich möchte wissen, wie viel Bewegung haben wir zur Zeit. Sie geht richtig runter. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwo bei 14. Das vorige Jahr sind wir nur gefallen von dem her. So Sachen muss man sich anschauen und so eine Top-Down-Analyse, sei es jetzt technisch oder im Volumenbereich ist meiner Meinung noch immer essentiell, damit man irgendwo ein Bild hat, was gerade passiert. Also ohne Charts. Es gibt einige, die machen das. Ich kann damit nichts anfangen. Maximal irgendwie in korrelierten Märkten ein Ausbruch am Tag ist hoch, da ist die Wandeln vielleicht, das sehe ich schön. Oder ich sehe schön, wenn ein Markt dem anderen davonläuft, die korrelieren müssten. Und dann kann ich mir anschauen, ob der eben aufholt oder nicht und so Sachen handeln. Aber grundsätzlich, also das ist meine persönliche Meinung, ohne Charts, in welcher Form auch immer, damit man eine Übersicht über die Märkte hat. Geht es nicht. Ja, und da sind wir im Prinzip wieder bei meinem Lieblingsthema. Das erfolgreiche Trading von den meisten professionellen Tradern da draußen basiert auf zwei Säulen, dem Wo und dem Was. Wo möchte ich handeln und was muss dort passieren, damit ich letzten Endes auf Kaufen oder Verkaufen klicke. So, und wie du schon sagst, wie da die Herangehensweise des jeweils einzelnen Traders ist, ob das auf dem Volume Profile, Market Profile basiert, ob es auf Gamma Levels, Hedging Levels basiert, ob es auf technische Analyse oder auf Fibonacci Retracements basiert oder was auch immer. Das sei an dieser Stelle mal dahingestellt, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall ratsam, ja, sich vorher einmal Gedanken darüber zu machen, in welcher Marktphase befinden wir uns eigentlich, was macht der Kurs heute und ja, da kommt man an irgendeiner Form von Marktanalyse, Marktstrukturanalyse oder Chartanalyse eben leider nicht drumherum. Es sei denn, man macht sich das Leben oder man möchte sich das Leben unnötig schwer machen. Naja, wenn man zocken möchte, dann drückt man einfach irgendwo drauf, aber ich möchte schon gerne wissen, was im Allgemeinen passiert. Also es ist meiner Meinung auch essentiell, schauen, was an den Märkten passiert anhand von Charts, wie die Herangehensweise auch immer ist für die Einzelnen, aber auch unbedingt schauen, jeden Tag, was steht an News an, ja, was sind geplante News, was sind geplante Zahlen, die kommen, weil ich sehe es nicht selten, weil wir haben ja auch eine Telegram-Gruppe von Atters, ich sehe nicht selten, dass viele Händler einfach überrascht werden von großen Bewegungen und die fragen dann, wow, was ist denn jetzt passiert, warum geht denn das jetzt los, und hat aber jeder normale, professionelle oder der sich bemüht hat am Schirm, um so und so viel Uhr stehen diese Zahlen an und wenn diese Zahlen anders sind, wie prognostiziert, dann geht eben die Party ab, ja, und das muss man vorher wissen, dann wird man nicht am falschen Fuß erwischt. Es reicht auch schon zu wissen, dass News sind, dass man seine Position von mir aus absichert, ja, dass nichts passieren kann. dann hat man noch immer irgendwo die Chance, okay, sind die News für mich, dann geht es noch weiter, ja, aber wenn sie gegen mich laufen, dann bin ich nicht komplett fertig gefahren, ja, und, und hab da irgendwo meinen Stopp oder gar keinen Stopp drinnen und News, es ist nicht selten passiert, dass Extrem-News Konten vernichten, ja, also abschließend dazu, ja, Charts, ja, Trade-Location, ja, ganz wichtig und News auch irgendwie im Hinterkopf behalten, dass man da nicht überrascht wird, das ist so und man kann das natürlich dann unendlich aufbreiten, man kann dann auch schauen, wie schaut es mit der Saisonalität aus und so weiter und so fort, wie schauen die COD-Daten aus, das kann man alles mit reinnehmen, aber grundsätzlich gehört das alles irgendwie zu Vorbereitungsarbeit und dann, wie die Analyse ausschaut, ob das jetzt makrotechnisch oder sonst irgendwas ist, man soll es sich einfach anschauen. Unbedingt. Würde ich auf jeden Fall genauso unterstreichen. Michael, wie immer, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Expertise, für diese etwas besondere Webinar zwischen heute, was die Zuhörer jetzt draußen gar nicht mitbekommen haben. Wir haben eigentlich die Hälfte der Zeit haben wir rausgeschnitten, wo wir einfach nur privat gequatscht haben, weil wir ständig irgendwelche Bauarbeiter neben mir gewerkelt haben und sie haben die Tür leider immer noch nicht gefixt bekommen. Aber gut. Viel Lärm um nichts. Viel Lärm um nichts. Wir werden auf jeden Fall eine interessante Podcast-Folge daraus schneiden, da bin ich mir absolut sicher. Ich finde es auch schön, dass du Diskussionen angebracht hast, dass wir da auch nochmal drüber gequatscht haben, denn offensichtlich habe ich mich da in der letzten Folge auch etwas missverständlich über das ganze Thema ausgedrückt. Ich hoffe, wir konnten diese Missverständnisse aus dem Weg räumen. Ja, letzten Endes, denke ich mal, sehen wir die Sache sehr, sehr ähnlich bis sogar gleich. Insofern, ja, Skyping mit Vorsicht zu betrachten und bitte lasst euch da draußen nicht von irgendwelchen Werbeversprechen oder irgendwelchen Werbebannern in Trading-Disziplinen reinziehen, die vielleicht, vorsichtig mal gesagt, nicht zu eurem besten Wohl sind, sagen wir es mal so. Genau. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für deine Zeit, auch für deine Einsichten natürlich in alles, was so bei euch Neues am Start ist, bald Software-seitig. Ich freue mich natürlich immer, wenn es irgendwelche Updates gibt, die die Software wieder weiter verbessern. Insofern sind wir gespannt, was Arthas so in diesem Jahr 2024 alles Neues für uns zu bieten hat. Macht's gut. Einen wunderschönen Tag noch, Michael. Liebe Grüße runter und alles Gute bis zum nächsten Mal. Auch an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuch uns auf www.sparing-academy.de Wir haben einen kostenlosen Börsentrashkurs. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Mal.